So ein kleines Vorwort, Ari, RealAri, ist ein YouTuber mit 30.000 Abonnenten oder 37.000 zu dem Zeitpunkt, hat ein Gewinnspiel gemacht auf Instagram, wo sich zwei Leute, wo zwei Leute von mir drangenommen wurden. Das Problem war nur, dass sie leider auf Pace, der erst hat mich gemeldet und der andere hat auch für C gespielt heißt, konnten sie nicht ran und dann hab ich gewonnen, hab mich gefreut wie ein kleines Kind und den Rest seht ihr ja dann, also gönnt euch und... Ich grunne mich grad wie ein kleines Kind an meiner Nacht. Nein. Jawohl. So. Okay, komm rein. Hier auch bin ich. Oder warte, wir sind eh hier unten, ich bin. Arter. Was die mit meinem Arm Räumen gemacht haben. Dankeschön, Lika. So, hast du schon gelernt. Oh, wo bist du? Eigentlich ist das ja hier ist, ne? Ja. Ach, hier ist das schon. Ach, hier ist das schon. Ja, ja. Ja, vielleicht hinter dir ist ein Gewinn auf jeden Fall. Okay, gönn dir, Lika. Danke dir, Arter. Ohne Wissen. Holy shit. No job. Hast du gegönn, Lika. Das natürlich auch. Du, Spaß. Okay. Okay. Okay, hau rein, Tams, ne? Ja, ciao. Ja.